Kapitel 22 Herzensangelegenheiten Am nächsten Morgen wachte Blaise schlagartig auf. Er fror. Als er die Augen öffnete, lag er in seinem Bett. Allein. Wo war Neville? Hatte er den gestrigen Tag nur geträumt? Seine Augen huschten durch sein Schlafzimmer. Nirgendwo ein Anzeichen von einer anderen Person. Schon wollte er sich enttäuscht tief im Bett vergraben und dort bleiben, als er die Klospülung hörte. So schöpfte er wieder Hoffnung und wartete angespannt darauf, wer das Bad verlassen würde. Kurze Zeit später öffnete sich die Tür. Als dann tatsächlich der Erhoffte im Türrahmen sichtbar wurde, hüpfte sein Herz vor Freude. Er wäre am liebsten aus dem Bett gesprungen, um Neville in einen leidenschaftlichen Kuss zu verwickeln. Was er selbstverständlich nicht tat. Das trüge, seiner Meinung nach, einen Hauch von Verzweiflung mit sich. So etwas konnte er sich nicht erlauben. Schließlich war er immer noch ein Sabini. Stattdessen legte er den Kopf schief, leckte sich über die Lippen, senkte die Lieder und raunte mit heiserer Stimme. Willst du nicht wieder zu mir ins Bett kommen? Mit Vergnügen beobachtete, wie Neville stockte und schluckte. Er trug nur Unterhemd und Unterhose, welche nun deutlich verrieten, wie angetan er von Blaise bitte war. Trotzdem kam er noch nicht näher. Bist du sicher? Fragte er und seine Stimme klang dabei etwas höher als sonst. Sollten wir nicht erst reden? Fuhr er fort, kam aber doch näher. Später raunte Blaise und schlug die Decke zurück. Seine Hände strichen über seinen Oberkörper und spielt mit seinen Hemdknöpfen. Komm lieber und hilf mir mit diesem Hemd. Äh, ich weiß nicht, stotterte Neville, näherte sich jedoch langsam. Als er direkt vor dem Bett stand, blieb er wiederstehen. Wir, äh, stammelte er und beobachtete, wie Blaise den Kopf in den Nacken legte. Wir haben wirklich viel zu besprechen, fuhr er dann mit fester Stimme fort. Ein frustriertes Seufzen entfuhr Blaise. Dieser Mann war ohne Zweifel die härteste Prüfung, die er je hatte bestehen müssen. Na schön, brummte er und verschränkte die Arme vor der Brust. Neville atmete auf. Hast du eigentlich schon einmal mit einem Mann geschlafen? Wollte Blaise wissen. Daraufhin wurde Neville knallrot. Ein wenig fassungslos starrte Blaise ihn an. Er hatte nicht damit gerechnet, dass die Antwort tatsächlich Nein lauten könnte. Im ersten Augenblick wusste er nicht, wie er reagieren sollte. Und mit einer Frau? Fragte er schließlich. Nun ließ Neville seine Socke fallen, die er hatte anziehen wollen und bückte sich schnell. Jetzt war Blaise erst recht baff. Wie konnte ein Mensch so lange auf die schönste Nebensache der Welt verzichten? Aber gleichzeitig wurde ihm auch klar, dass er der Erste sein würde. Ihm wurde ganz warm ums Herz. Der Erste. Es schmeichelte ihm ohne Frage. Er verstand nun jedoch auch, weshalb Neville gerade bei ihm hatte sicher gehen wollen. Deshalb nahm er sich zusammen und atmete tief durch. Du wolltest reden, meinte er dann ruhig. Gut, lass uns reden. Was hast du in den letzten drei Wochen gemacht? Immer noch mit gesenktem Kopf zog sich Neville ein T-Shirt über. Danach setzte er sich auf einen Sessel, der nah beim Bett stand. Fahrig strich er über eine Naht am Oberschenkel seiner Hose und begann zu sprechen. Ich hatte Probleme. Man hat versucht, mich von der Schule werfen zu lassen. Plötzlich waren meine Zeugnisse verschwunden, die meine Qualifikation zur Ausbildung zum Lehrer bezeugt haben. Er hob den Kopf und seine Augen funkelten ärgerlich. Ist es nicht lächerlich? Die Schulleitung darf jemand als Lehrer einstellen, der nicht mal eine solche Ausbildung besitzt. Aber sie darf andererseits keinen Lehrer ausbilden, der keine Zeugnisse für die Grundvoraussetzung der Lehrerausbildung vorweisen kann. Er machte eine wegwerfende Handbewegung. Noch lächerlicher ist eigentlich nur, wegen verschwundenen Zeugnissen so einen Aufstand zu machen. Hogwarts hätte mich doch nie ausgebildet, wenn ich die erforderlichen Unterlagen nicht eingereicht hätte. Das gestattet das Ministerium ja gar nicht. Wieder wurde sein Blick finsterer. Und trotzdem haben sie mich plötzlich aus dem Unterricht geholt und mir verboten, Kontakt zu meinen Schülern zu haben. Schon die ganze Zeit über hatte Blaise ein ungutes Gefühl gehabt. Da Neville nun schweig, meldete er sich endlich zu Wort. Wieso hast du mir nichts davon gesagt? Ich hätte dir helfen können. Aber ich gebe dir recht, es ist völlig haltlos. Zumal doch viele der Lehrer deine Noten bezeugen können. Wie ging es weiter? Hast du herausgefunden, wer für das alles verantwortlich war? Ein langer Blick traf ihn. Nachdenklich. Ja, es hat zwar gedauert, weil die pingelige Beamtin sage, solange sie die Zeugnisse nicht schriftlich auf der Hand hat, kann sie nichts machen. Es war ein Hin und Her, da die Zeugnisse ja auf einem speziell verzauberten Papier geschrieben wurden, auf dem jeder Lehrer eine entsprechende Note einträgt. Dass Snape tot ist und Slakorn verschwunden, konnte Minerva mir auf die Schnelle kein neues schreiben. Schlussendlich war das neue fast fertig, als das alte auf einmal wieder im Ministerium auftauchte. Angeblich ist es hinter einen Schrank gerutscht und war eingeklemmt. Neville verdrehte die Augen und atmete ein wenig durch. Das war aber alles kein Grund, dich nicht bei mir zu melden, sagte Blaze leise. Vor allem, da du über meine Gefühle sowieso Bescheid wusstest. Jetzt, da er an seine Trauer in dieser Zeit zurückdachte, musste er die Zähne zusammenbeißen, damit er nicht sagte, was er später bereuen könnte. Neville senkte wieder den Kopf, schluckte und spielte erneut an der Naht am Oberschenkel herum. Ja, es tut mir leid, ehrlich. Entschlossen hob er den Kopf, stand auf und setzte sich aufs Bett, Blaze zugewandt. Er ergriff Blaze Hand. Entschuldige bitte, ich weiß, dass ich damit deine Gefühle verletzt habe. Er seufzte. Ach, ich wusste nur nicht so recht, was ich tun sollte. Mit einem um Verzeihung heischenden Blick zog er Blaze Hand an seine Lippen. Du hast mir deine Liebe nicht gestanden. Vielleicht wusstest du es selbst gar nicht oder wolltest mit mir nicht darüber sprechen. Ungeschickt rutschte er näher zu Blaze und strich von der Hand aus den Arm entlang zu dessen Schulter. Also habe ich gründlich über meine Gefühle nachgedacht und darüber, ob wir wirklich eine Chance als Paar haben. Seine Augen, die sich jetzt verdunkelten, hielten Blaze Blick fest. Als ich dich damals mit Adrian Perseille erwischte, wurde mir klar, dass ich schwul bin. Es war eines der heißesten Dinge, die ich bis zu diesem Zeitpunkt gesehen hatte. Und du… Er errötete ein wenig. Du warst ziemlich beeindruckend. Vermutlich hätte ich dir sogar hinterher geschmachtet, wenn du mich danach nicht angegriffen hättest. Blaze erstarrte. Er konnte kaum seinen Ohren trauen. Die ganze Sache war sogar noch schlimmer, als er immer geglaubt hatte. Sein Herz wurde schwer und es schmerzte ihm schrecklich. Wieso? brachte er halb erstickt hervor. Ich verstehe nicht. Hitze breitete sich in seinem Gesicht aus und er schämte sich wieder schrecklich, als er an damals zurückdachte. Wie kannst du mich da lieben? brachte er endlich einen Satz zusammen. Schnell drehte er den Kopf weg und unterbrach so den Blickkontakt. Zu sehr waren seine Gefühle in seinem Gesicht zu lesen. Plötzlich schlang Neville die Arme um, ihn zog ihn dicht an sich und setzte sich kurzerhand auf seinen Schoß. Das verstärkte Blaze Charme aber noch und er blickte partout in eine andere Richtung. Da umfasste Neville sein Gesicht mit beiden Händen und zwang ihn, ihn wieder anzusehen. Hey, sagte er sanft, hör auf, dich deswegen noch zu quälen. Das war nicht der Grund, weshalb ich es dir erzählt habe. Ich sagte doch schon, die Sache ist vorbei. Ich habe dir vergeben. Okay, Blaze? Es ist vergeben. Und er küsste ihn liebevoll auf den Mund. Gleich darauf strich er ihm sanft über die Wange. Blaze schloss die Augen, lehnte sich an ihn. So saßen sie eine Weile da, schweigend. Kann ich jetzt weiter erzählen? fragte Neville irgendwann. Blaze nickte und umfasste seine Talie. Ich habe mich seitdem von dir ferngehalten, wie du weißt. Auch wenn mir Morny versichert hatte, du würdest mir nie wieder etwas tun. Über die Jahre war ich sogar verliebt in den einen oder anderen Mann. Sofort runzelte Blaze die Stirn. Da würde er später nachhaken müssen. Ich hatte auch Verabredungen. Trotz allem hatte ich immer das Bild von dir im Kopf, wie du und Adrian. Naja. Er wurde rot. Sex hatten? Konnte Blaze es sich nicht verkneifen zu fragen und hob eine Augenbraue. Die Röte vertiefte sich noch. Genau, brachte Neville heraus. Er schwieg, schien nachzudenken. Als du dann hier vor mir standest und mit mir geflirtet hast. Er schüttelte den Kopf und seine Augen sahen ungläubig drein. Ich weiß nicht, ob dir klar ist, was das für ein Gefühl war. Er lachte ein wenig atemlos. Er lachte ein wenig atemlos. Und du hast ja nie mit den Sprüchen aufgehört. Mit abwesendem Gesichtsausdruck strich er sich übers Kinn. Anfangs wollte ich dich auflaufen lassen. Als Rache sozusagen. Aber andererseits hatte ich ja dieses Bild im Kopf und ich wollte dich auch. Allerdings eilte dein Ruf dir voraus. Nur eine Kerbe an deinem Bettpfosten zu sein, kam nicht in Frage. Es herrschte kurz Stille. Irgendwann wurde mir die Flirterei aber zu viel. Da sagte ich ja, ich wäre nicht schwul. Er seufzte tief und Blaze tat es ihm gleich. Das werde ich nie vergessen, murmelte er leise. Wieder strich Neville ihm über die Wange, zeichnete seine Unterlippe nach und legte dann sein Kopf auf Blaze Schulter. Kurz darauf sagte er, naja, lange Rede, kurzer Sinn. Schlussendlich musste ich einfach wissen, ob ich dich wollte, weil ich ja all diese Jahre dieses Bild im Kopf hatte, ob es wirklich Liebe ist. Er atmete tief aus und blickte Blaze abwartend an. Gedanken verloren beugte sich Blaze vor, küßte den anderen, ließ seine Hand über Nevels Hals wandern, liebkoste die weiche Haut, bis seine Hand schlussendlich auf seiner Schulter verweilte. Mit gerunzelter Stirn sagte er. Also, bist du zu dem Schluss gekommen, es liegt an der Liebe? Ja, antwortete Neville schlicht. Ein Moment lang blinzelte Blaze. Er hatte es natürlich gewusst, Neville hatte es ihm schließlich schon ein paar Mal gesagt, aber es kam ihm trotzdem vor wie ein Wunder. So reagierte er auch nur langsam auf Nevels Antwort. Doch je mehr er wirklich begriff, desto mehr strahlte er. Und so zog er den Mann, den er über alles liebte, noch ein Stück dichter zu sich, um ihn leidenschaftlich zu küssen. Als er Nevels Mund wieder frei gab, sagte er, dir ist schon klar, dass du mich jetzt so schnell nicht wieder los wirst, oder? Neville lachte laut auf. Die Erleichterung war ihm deutlich anzuhören. Das hatte ich gehofft. Er schmiegte sich dicht an Blaze und seine Hände glitten mir nichts, dir nichts unter Blaze Hemd. Wenn ich noch eine Bitte äußern dürfte, sagte er leise keuchend und knabberte an Blaze Schlüsselbein. Hm, brummte Blaze tief. Alles, was du willst. Ach, stöhnte Neville und zerrte an einem Knopf. Ich bräuchte ein bisschen Nachhilfe beim Liebe machen. Der Knopf hüpfte vom Hemd. Nichts lieber als das, murmelte Blaze. Obwohl ich mich bisher nicht beschweren kann. Du bist ziemlich gut im Einheizen. Mach dir also keinen Kopf. Wir haben einfach Spaß, okay? Und wenn du was nicht magst, sag es mir einfach. Das ist völlig in Ordnung. Ja, okay, murmelte Neville mit belegter Stimme, während er eifrig das Hemd öffnete. Da ließ Blaze eine Hand in sein Haar gleiten und zog ihn mit sanfter Gewalt zu sich, sank mit ihm rückwärts aufs Bett, bis sie beide zum Liegen kamen und verschloss seinen Mund aufs Neue. Sie verbrachten den Großteil des Tages im Bett. Wie sich herausstellte, war Neville ein sehr eifriger und wissbegieriger Schüler. Ungeschickt manchmal, doch gerade dies fand Blaze so spannend. Er wusste nie, was der andere als nächstes ausprobieren wollte. Er liebte es. Er liebte ihn. Als sie wieder einmal dicht umschlungen da lagen, sagte Blaze Gedanken verloren. Weißt du, ich bin mir auch nicht sicher, ob ich dir jemals meine Liebe gestanden hätte. Träge strich er über Nevels Schulterblatt. Ich war fest davon überzeugt, du würdest mich so oder so absolvieren. Du hast ja in der Vergangenheit schon Zweifel geäußert. Deshalb dachte ich, es wäre klüger zu schweigen. Denn seien wir mal ehrlich, du bist viel zu gut für mich. Ein leises Lachen kam aus Nevels Kehle und er verschränkte ihre Hände miteinander. Du bist ein Idiot. Dir ist schon klar, wenn wir uns öffentlich miteinander zeigen werden, alle sich fragen, wieso du mit mir zusammen bist? Blaze schnaubte. Ja, na gut, einigen wir uns darauf, dass die einen das eine und die anderen das andere sagen werden. Wir sind sehr unterschiedlich Welten. Man wird also über uns tratschen. Vorsichtig drehte Nevel seinen Kopf, sodass seine Wange Blaze Nase streifte. Wir können das schaffen? Zärtlich drückte Blaze ihm einen Kuss auf. Ja, das können wir. Wenn ich mir überlege, was wir schon an Hindernissen überwunden haben. Sie schwiegen. Irgendwann hörte er Nevel leise schnarchen. Kurze Zeit später dämmerte auch er weg. Blaze? Ja, ich habe Hunger. Ziemlich großen Hunger sogar. Wie zur Bestätigung knurrte Nevels Magen. Er gähnte ausgiebig und schlug dann die Bettdecke zurück. Ich werde Moni gleich um Essen bitten. Was willst du? Fragte er und suchte seine Unterhose. Ist mir völlig egal. Nevel drehte sich um und sah zu, wie Blaze sich anzog. Mir tut alles weh, stöhnte er. Wie kann es sein, dass ich dich trotzdem am liebsten wieder ins Bett zerren will? Er schien ein wenig bestürzt. Blaze grinste. Tja, das macht der Blaze'sche Charme. Der andere lachte. So muss es wohl sein. Unvermittelt wurde Blaze ernst und hob den Zauberstab. Ich möchte nicht, dass du Schmerzen hast. Sana Wulnera. Schon an Nevels entspanntem Gesichtsausdruck konnte er sehen, wie der Spruch seine Arbeit tat. Besser? Ja. Nevel lächelte und stieg seinerseits aus dem Bett. Mit Interesse sah Blaze ihm zu und bewunderte seine nackte Gestalt. Als Nevel sich anschickte, etwas vom Boden aufzuheben, eilte Blaze hinaus. Wäre er länger im Zimmer geblieben, hätte er es sobald nicht mehr verlassen. Moni? Blaze? Kannst du mir und Nevel bitte ein ausgiebiges Abendessen bringen? Wir sind ziemlich hungrig. Der Halbelf nickte und machte ein überaus höfliches Gesicht. Ganz wie du wünschst, Blaze. Mit einem lauten Knall verschwand er und tauchte Sekunden später mit einer vollbeladen Platte wieder auf. Bitteschön, nur das Feinste vom Feinsten. Er stellte sie auf dem Esstisch ab. Danach trat er zur Seite und legte die Arme auf den Rücken. In ihm schien es zu arbeiten. Blaze wartete geduldig. Wie läuft es mit dir und Nevel? fragte Moni endlich. Unwillkürlich musste Blaze lächeln. Sehr gut, sagte er glücklich. Stell dir vor, Moni, er liebt mich. Er strahlte über das ganze Gesicht. Da trat Moni dicht an ihn heran und hätschelte seinen Arm. Das freut mich für dich, sagte er und strahlte genauso. Das freut mich sehr. Nach einer kleinen Pause fügte er hinzu. Genießt das Essen. Und er verschwand. Sie genossen. Und wie. Für lange Zeit sprach keiner ein Wort. Erst jetzt wurde Blaze bewusst, welchen Hunger er eigentlich hatte. Das war aber auch kein Wunder. Sie hatten den ganzen Tag nichts gegessen. Eine ganze Weile später legte Blaze sein Besteck zur Seite und hupfte sich den Mund mit einer Serviette ab. Nachdem er alles wieder ordentlich auf den Platz gelegt hatte, wandte er sich Nevel zu, der gerade Wasser trank. Du hast mir gar nicht erzählt, ob er die Person gefunden hat, die deine Zeugnisse hat verschwinden lassen. Daraufhin erstarrte Nevel in seinen Bewegungen, schluckte, hustete ein paar Mal und setzte sein Glas ab. Ach, ja, richtig, sagte er langsam. Es wird dir nicht gefallen. Wieder stieg eine Ahnung in Blaze auf. Diesmal sprach er es jedoch aus. Scharfig. Überrascht riss Nevel die Augen auf. Woher? Mit einem Schulterzucken, meinte Blaze. Es war naheliegend. Dich mag eigentlich jeder, also musste es etwas mit mir zu tun haben. Und der Mann ist reich. Er hat sehr gute Beziehungen und dürfte sehr schlecht auf dich zu sprechen sein. Mich mag nicht jeder, sagte Nevel und fuhr mit gerunzelter Stirn fort. Du weißt gut Bescheid über diesen Typ. Klar mag dich jeder, sagte Blaze mit fester Stimme. Und klar weiß ich jetzt alles über ihn. Hab mich genau informiert, nachdem er mich... Er stockte. Was war der richtige Ausdruck für das, was der Mann mit ihm gemacht hatte? Verzaubert schien es nicht annähernd zu treffen, aber andere Worte wollte er nicht benutzen. Sie gaben der Sache zu viel Gewicht. Ein bisschen hilflos sah er zu Nevel. Dieser stand auf, ging um den Tisch herum und legte von hinten die Arme um ihn, küßte seinen Kopf. Ich verstehe, was du meinst, sagte er sanft und küßte ihn wieder. Blaze legte den Kopf in den Nacken und erwischte seinen Mund. Weißt du, ich würde es ihm gerne heimzahlen. Und wie? Eine verrückte Idee zuckte durch Blaze Kopf. Ich wüsste da was, aber du wirst vermutlich nicht unbedingt begeistert sein. Ende Kapitel 22